Kreativ, innovativ, das ist die Zukunft und ich freue mich heute auf diese Veranstaltung. Wir leben ja bis jetzt hauptsächlich vom Tourismus und von der Gesundheit. Das ist für uns im Landkreis Gammisch-Partenkirchen eine echt ideale Branche. Wir wollen in die Zukunft schauen, wir wollen uns weiterentwickeln und da gehört natürlich auch gerade dieses Thema Kreativ, Innovativ unbedingt dazu.